Abgabefrist Grundsteuererklärung endet am 31. Januar 2023. Zwangsgelder drohen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Heute mal nichts zum Thema gesetzliche Rente, sondern zum Thema Grundsteuererklärung. Ja, Sie kennen das alle. Es gab eine Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung und die läuft heute am 31. Januar 2023 aus. Viele Immobilienbesitzer haben ja, das war ja bekannt oder ist bekannt, müssen ja eine neue Grundsteuererklärung abgeben. Und nach Schätzungen des Bundesfinanzministeriums haben erst mal zwei Drittel aller Grundstückseigentümer und Immobilienbesitzer hier eine Grundsteuererklärung bis Sonntag abgegeben. Mitte Oktober hatten ja die Länder wegen des schleppenden Eingangs der Grundsteuererklärung bei den Finanzbehörden die Abgabefrist von Ende Oktober 2022 auf Ende Januar 2023 verlängert. Eine erneute Fristverlängerung wird es nicht mehr geben. Das haben wohl die Ländervertreter deutlich gemacht. Mit Ablauf der Frist werden die Finanzämter erst einmal Erinnerungsschreiben schicken. Und eine Fristverlängerung, wenn Sie die beantragen wollen, die kommt nur noch aus gutem Grund in Betracht und da müssen sich wirklich was einfallen lassen. Im Regelfall werden die Finanzämter hier die Fristverlängerungsanträge schlichtweg ablehnen. Denn es war ja bekannt, dass man die Grundsteuererklärungen abgeben kann und man hatte Zeit genug hier die entsprechenden Erklärungen abzugeben. Wer auf das Erinnerungsschreiben nicht reagiert, der muss mit einem Verspätungszuschlag rechnen. Und der Verspätungszuschlag kann 25 Euro pro Monat bedeuten und unter Umständen ein Zwangsgeld bis zu 25.000 Euro. Das Zwangsgeld bedeutet nichts anderes, dass das Finanzamt von Ihnen die Abgabe der Grundsteuererklärung erzwingen möchte. Wenn dann die Erklärung immer noch nicht abgegeben wird, kann dann das Finanzamt eine Schätzung des Grundsteuerwertes vornehmen, die, da bin ich mir recht sicher, nicht zu Ihren Gunsten ausgeben wird. Und wenn Sie dann so einen Schätzbescheid haben, dann müssten Sie dagegen wieder Einspruch einlegen und müssten dann hier die entsprechende neue Erklärung vorlegen. Aber darauf würde ich es wirklich nicht ankommen lassen. Also versuchen Sie so schnell wie möglich noch die entsprechende Grundsteuererklärung bis heute Abend 24 Uhr oder zumindest mit dem Erinnerungsschreiben des Finanzamtes, was dann wahrscheinlich bald kommen wird, dann noch abzugeben. Damit Sie auch hier nicht unnötigerweise Verspätungszuschläge bezahlen müssen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel